Neurone kommunizieren miteinander. Nur so gelangen zum Beispiel Informationen über ein Geräusch oder einen Reiz auf der Haut zu Bewusstsein. Die Signalübertragung geschieht an den Kontaktstellen, den Synapsen, und sie ist meist chemischer Natur. Doch die Erregungsleitung innerhalb des Neurons erfolgt elektrisch. Die notwendige Elektrizität ergibt sich aus der Biochemie der Nervenzelle. Innerhalb der Membran genauso wie außerhalb liegt eine dünne Schicht, eine Wolke von Ionen. Unter Ruhebedingungen sind mehr Kaliumionen in der Zelle als außerhalb. So bildet sich das Ruhepotential von minus 70 bis minus 90 Millivolt. Erst wenn chemische Botenstoffe anderer Neurone bestimmte Kanäle öffnen, dringen positiv geladene Natriumionen ein und das Membranpotential ändert sich. Doch um ein Potential auszulösen, muss der präsynaptische Impuls so stark sein, dass postsynaptisch ein Schwellenwert überschritten wird. Dieser liegt normalerweise bei minus 55 Millivolt. Die meisten Synapsen sind erregend. Das entstehende exzitatorische Potential depolarisiert die Membran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle feuert. Das inhibitorische, also hemmende, postsynaptische Potential führt zu einer Hyperpolarisation der Zellmembran und wirkt so wie eine rote Ampel für die weitere Kommunikation. Auf einem einzelnen Neuron liegen meist zahlreiche Synapsen, von denen manche hemmend, andere erregend sein können. Die Membran der Zelle ist damit oft unterschiedlichen Potentialveränderungen ausgesetzt. Um ein Aktionspotential auszulösen, muss in der Summe die Erregung überwiegen. Dieses Aktionspotential ist das Ausgangssignal des Neurons. Es nimmt seinen Anfang in der Triggerzone, wo die Dichte an Natriumkanälen besonders hoch ist. Nun heißt es, alles oder nichts. Überwiegt die Erregung, übersteigt die Spannung den Schwellenwert, wird die Membran an der Triggerzone nahezu explosionsartig depolarisiert und am Oszilloskop zeigt sich ein Spike. Zeitgleich, aber langsamer öffnen sich Kaliumkanäle. Durch das ausströmende Kalium fällt die Spannung wieder ab. In der Folge kann die Membran sogar hyperpolarisiert werden. Für kurze Zeit ist das Axon nun nicht mehr erregbar. Man spricht von der Refraktärzeit. Diese währt vergleichsweise kurz. Manche Neurone feuern mehrere hundert Mal pro Sekunde. Zwar ist die kontinuierliche Erregungsleitung mit ein bis drei Metern pro Sekunde relativ langsam. Doch die meisten Axone sind markhaltig. Sie werden von einer Myelinschicht umhüllt. Diese bewirkt, dass das Potenzial von einem sogenannten Ranvierschen Schnürring zum nächsten springt. Diese saltatorische Erregungsleitung erreicht Geschwindigkeiten von über 100 Metern pro Sekunde. Das sind 360 Stundenkilometer. So kann die Erregungsleitung auch große Strecken schnell überwinden. Das ist die Takt von der Erregungsleitung, aber in der toolbox kann man Arbeit angerestr riverbinden. Das sind die Takt von der Erregungsleitung undoks nellascene herrlichen kann man natürlich überhaupt nicht mehr